sie holen was geht daraus noch gezockt hier am stadt ich zeige euch heute in der rippen schnapp für bruchte einen weiteren spieler sondern dass ich so leise sprecher bett das halsschmerzen hat mich etwas erkältet im holland vergessen in hollander einige leute einige fans wissen davon bescheid weil ich das auf der facebook-seite gepostet habe achtet drauf und genießt es genießt das video hat ihr das video gefallen würde ich mich auch natürlich sehr freuen über einen daumen hoch ihr könnt hier die leute killen pro kopf kriegt etwa 25 aber es geht noch einfacher das zeige ich gleich in dem zweiten teil wie die menschen alle auf einmal töten könnt und somit sehr schnell rp sammeln könnt also noch schneller als wie es jetzt aktuell ist dann sammelt sie die koffer ein geht zum low markierung liefert das und zurzeit habt ihr etwa um die 1000 rp gesammelt es lohnt sich wirklich wenn man das schnell macht sind das 15 20 sekunden hier sammelt ihr noch mal die kofferzeichen der zeitlupe version 25 rp koffer 25 rp pro koffer dann geht es auf einmal nicht dann rennt ihr hin killt die menschen indem ihr einfach auf diesen bereich schießt dann explodiert das automatisch die fangen an zu brennen und somit kassiert ihr automatisch 25 rp ihr müsst die menschen somit nicht erschießen da seht ihr schon ich sammle fleißig 25 rp und das war es auch schon Leute sorry dass ich so leid spreche ich hab wirklich halsschmerzen ich bemühe mich sehr ich bin sehr fleißig am teetrinken und honig essen euer onkelzucker bedankt sich jetzt ich wünsche euch noch einen angenehmen abend euer onkelzucker ja 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 ja